Wenn man es ok sieht, dann denkt sich ein Hippie, der drei Mal kicken kann. Aber da denkt keiner an einen ernsthaften Sport. Das Erste, was ich mit Footpack in Verbindung bringe, ist Halsbrecherische, Tricks, üble Verrenkungen und so schnelle Beinbewegungen, dass man gar nicht mehr als normaler Trainer mitbekommt, was überhaupt abläuft. Darum ist es mir eigentlich lieber, dass ich sage, ich spiele Footpack und es kann sich keiner was darunter vorstellen. Ich erkläre es dann, bevor ich sage, ich spiele Heckgesäck und jeder denkt sich, der hat da gar nichts und kann drei Mal draufhauen. Das war's dann. Schrecherich 10-175-2 10-175. Vielen Dank.